Das muss dokumentiert werden, das ist richtig. Ich sitze noch schnell an. Sonst glaubt er das nicht. Aha, ich muss eine Code-Krolle haben. Also, ich putze da ein bisschen. Sie können den Arm einfach schön locker lassen. Das ist einfach hängen lassen. Warten Sie mal, ich gebe Ihnen einen frischen Gartenfass. So, geben Sie den und drücken Sie noch ein bisschen. Jetzt ist noch ein Siedle drin. Bitte schnell. Und die Schweiz ist das. 88, 40, ein Siedle. Covid neu sehen. Genau. Das führt uns. Wir? 88, ein Siedle. Danke vielmals. Ja, Corinne muss noch kommen. Ja, Corinne muss noch kommen. Ist es schlimm gewesen? Nein. Gut. Ich bin froh. Ja. Also, es ging zuerst… Nein. Danke. Da! Das war's. Danke vielmals. Danke sehr. Danke vielmals. Oh, wir haben uns dann. Das ist so natürlich. Danke schön.